Hi! Heute zu Besuch bei uns im BC Headquarter. Das ist Rob von ION. Brauche ich eigentlich nicht mehr viel zu erzählen, aber Rob hat nicht nur einen geilen Style auf dem Rad, sondern auch einen geilen Bulli dabei. Und machen wir so eine Runde BC Grip in 90 Sekunden. Erzähl uns doch mal was zu deinem Bulli. Danke, ich gebe dir Mühe. Es ist sehr viel Arbeit reingeflossen, also ich hoffe, dass ich die 90 Sekunden hinkriege. Okay, 90 Sekunden haben wohl nicht ganz ausgereicht, aber bei dem Bus, da kann man sich auch mal Zeit lassen. Das ist ein Wagen von 1990, war ehemaliges Militärfahrzeug. Ich habe den vor zwölf Jahren mir gekauft, damals für gerade mal 5.400 Euro über Ebay ersteigert. Das war ein reiner Transporte, da war kein Innenausbau, nichts drin und dann habe ich so nach und nach angefangen immer so was zu machen. Als allererstes habe ich Innenausstattung reingepackt, große Reifen, also ich habe hier so eine ziemliche Basic Innenausstattung hier reingemacht. Natürlich darf der Echtholzparkett, der Walnussparkett nicht fehlen. Ich habe da eine Standheizung, ich habe genau meine Zusatzbatterien sind hier drunter, die ganze Elektronik, ordentlicher Sound darf natürlich auch nicht fehlen. Mit so einem Auto ist man jetzt nicht besonders schnell unterwegs, aber dafür muss man halt wenigstens ordentlich Musik hören können. Ich habe genau dieses Bett, wenn das ausgezogen ist, dann kann ich da mit der ganzen Family drin pennen. Und ansonsten habe ich halt den Wagen komplett entröhnt, isoliert, habe eben noch zusätzlich Lichter eingebaut. Hier ist meine Fahrradhalterung, hier kann ich auch mehrere Räder rein tun. Ich kann hier bis zu sechs Bikes transportieren und immer noch drin pennen. Deswegen ist halt auch der T3 ideal für mich, weil der halt relativ viel Innenraumfläche hat und ich halt immer noch drin pennen kann. Das geht bei den neueren Bussen teilweise nicht mehr, weil denen halt einfach etwas an Innenraum fehlt. Aber das geht ganz gut. Ich habe hier drin momentan meine mobile Küche jetzt nicht dabei, aber sonst habe ich hier auch meinen Kocher dran und noch zusätzlich Fächer und so weiter. Je nachdem, wie ich es halt brauche, nehme ich das mit oder nicht. Vorne habe ich drehbare Sitze. Die sind halt vor allem halt auch komfortabel für längere Reisen. Ich bin mit dem Ding ja bis auch nach Marokko gefahren und mache wirklich sehr viele große Abenteuerreisen damit. Und dann muss man halt auch entsprechend komfortabel sitzen können. Technisch habe ich hier einen 1,9 Liter TDI Motor neu verbaut, ehemaliger aus dem Audi A4. Der hat jetzt ungefähr 120 PS. Ich habe Zuschalterallrad hier eingebaut bzw. der hatte vorher Permanenteallrad mit zwei Differenzialsperren und jetzt kann ich den Allrad quasi abschalten. Ist getriebeschonender, verbraucht ein bisschen weniger Sprit und so weiter. Servolenkung hat er auch bekommen. Mit den fetten Walzen ist es auch ganz hilfreich. Hat einen komplett neuen Anstich gekriegt. Kommt jetzt in diesem, ja, ist eigentlich eine Metallic Farbe, aber in Zeiten matter Klarlack drüber. Alles Alcantara verkleidet, damit es sich auch schön anfühlt. Und genau, hier vorne habe ich B-LED Scheinwerfer. Die alten Dinger, das waren eher so Funzeln. Da ging nicht irgendwie so viel, gerade wenn es dunkel ist und da sehe ich jetzt ordentlich. Genau und dann halt noch so zusätzliche Gimmicks zum Fahrradfahren. Habe ich hier einen großen Dachträger drauf gebastelt. Da habe ich eine flache Plattform, damit ich dort oben auch mein, ja, mein Zelt aufbauen kann. Wenn ich quasi auch mehr Platz zum Pennen brauche für Family, dann kann ich da oben mein Zelt aufschlagen. Und zum anderen dient es auch als Plattform, wo ich meine Rampe montieren kann. Ich habe mir tatsächlich zu dem Auto eine, einen mobilen Mega-Kicker gebaut, der hier befestigt wird. Die Transitions, die oben transportiert werden, die kann ich hier dann quasi unten aufbauen. Unterm Auto habe ich dann meine Platten montiert. Die kann ich da unten rausholen, dann da drauf schrauben und dann habe ich innerhalb von einer halben Stunde habe ich hier einen Super-Kicker aufgebaut mit 5,50 Meter Radius. Also das Ding schießt mich wirklich bis zum Mond, wenn ich will. Aber so habe ich halt quasi so ein Action-Mobil, das ich halt auch zum Biken halt irgendwie, zum Freeriden. Das ist mein Freeride-Mobil. Freeride-Reisemobil. Mega. Rob, vielen Dank. Dann lass uns mal eine Runde drehen. Ja, sehr gerne. Ja, machen wir.